Super! Belohnen Sie Ihre Kuh jetzt ganz besonders dafür? Ich meine, ja, wie? Gibt es eine spezielle Belohnung? Ja, sie wird immer belohnt, weil das ist die einzige Kuh von dieser Rasse im Stall. Und dann schauen wir sowieso immer ein bisschen mehr zu ihr. Sie ist auch kleiner als die anderen. Das heisst, sie hat sowieso immer ein bisschen eine Sonderbehandlung.